Also ich musste erst mal überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht. Und als ich mich entschieden habe, ich mache es, habe ich so gedacht, die schlummert noch in mir, die Tanja. Also ich musste die gar nicht so richtig suchen. Das war einfach so der Prozess. Turnschuhe aus, Highheels an, Kostüm an und da war sie. Genau, es sind fünf Jahre vergangen, seit der letzten VL-Folge. Das ist eine lange Zeit. Ja, habe ich damit gerechnet? Ehrlich gesagt, ja. Also die Fanbase ist nach wie vor so groß und die Leute haben immer wieder angefragt, warum geht es nicht weiter? Wir wollen wissen, was mit den Figuren ist. Und ehrlich gesagt hat es mich nicht so überrascht. Ja, wie habe ich von der Neuauflage gehört? Also tatsächlich hat mich die Däuserin angerufen und mir gesagt, dass sie eine Neuauflage vorhaben. Und relativ gleichzeitig und schnell habe ich dann auch ein paar WhatsAppen von ehemaligen Kollegen bekommen. So Miri, hast du schon gefragt. Die wollen das Ding nochmal aufziehen. Ja, für mich war es super schön. Ich habe am Set ganz viele vom Team gesehen, die auch in der alten Zeit dabei waren. Regie, Continuity, Ton, also Kostüm, jede Menge Maske. Und das war ein bisschen wie nach Hause kommen. Also es war so, wie als hätte man so ein Klassentreffen. Und es hat echt Spaß gemacht. Musik Und das war so, wie das ist. Musik 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 Musik